Zum neuen Jahr 2024 wünsche ich Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Gemeinden, Ihren Freunden, einfach allen, mit denen Sie verbunden sind, Gottes reichen Segen. Vor kurzem hat Papst Franziskus ein neues Dokument herausgeben lassen und da definiert er den Segen als Umarmung. Gott umarmt mich. In diesem Sinne bleiben Sie gesegnet, bleiben Sie gehütet an jedem Tag des neuen Jahres. Gott will Sie umarmen.